In der Not ist einem alles feil. Da der Vater sahe, dass der Handel mit den Töchtern so gut vonstatten ging, gab er sich über ihren Verlust zufrieden. Er kam diesmal ganz wohlgemut nach Hause und verhehlte sorgfältig sein Abenteuer. Teils den Vorwürfen, die er von der Gräfin fürchtete, auszuweichen, teils der lieben Tochter das Herz vor der Zeit nicht schwer zu machen. Zum Schein klagte er nur über den verlorenen Falken, von welchem er vorgab, er habe sich verflogen. Fräulein Adelheid war eine Spinnerin wie keine im Lande. Sie war eine gescheite Weberin und schnitt eben damals ein Stück köstlicher Leinwand vom Webstuhle, so fein wie Batist, welche sie unfern der Burg auf einem frischen Rasenplatze bleichte. Sechs Wochen und sechs Tage vergingen, ohne dass die schöne Spinnerin ihr Schicksal ahnete, obgleich der Vater, der doch etwas schwermütig wurde, als der Termin der Heimsuchung nahe hätte, ihr unter der Hand manchen Wink davon gab. Bald einen bedenklichen Traum erzählte, bald die Wulfild wieder in Andenken brachte, die längst vergessen war. Adelheid war frohen und leichten Sinnes, wähnte das schwere Herzblut des Vaters, erzeuge hypochondrische Grillen. Sie hüpfte sorgenlos bei Anbruch des bestimmten Tages hinaus auf dem Bleichrasen und breitete ihre Leinwand aus, damit sie vom Morgentau getränkt würde. Wie sie ihre Bleiche beschickt hatte und nun ein wenig umherschaute, sah sie einen herrlichen Zug Ritter und Knappen herantraben. Sie hatte ihre Toilette noch nicht gemacht, darum verbarg sie sich hinter einem wilden Rosenbusch, der eben in voller Blüte stand, und blickte hervor, die prächtige Kavalkade zu schauen. Der schönste Ritter aus dem Haufen, ein junger, schlanker Mann in offenem Hemd, sprengte an den Busch und sprach mit sanfter Stimme, »Ich sehe dich, ich suche dich, Feinliebchen. Ach, verbirg dich nicht. Rasch, schwing dich hinter mir aufs Ross, du schöne Adlerbraut!« Adelheid wusste nicht, wie er geschah, da sie diesen Spruch hörte. Der liebliche Ritter gefiel ihr Bass, aber der Beisatz Adlerbraut machte das Blut in ihren Adern erstarren. Sie sank ins Gras, ihre Sinnen umnebelten, sie, und beim Erwachen fand sie sich in den Armen des holden Ritters auf dem Wege nach dem Walde. Die Mutter bereitete indes das Frühstück, und als Adelheid dabei fehlte, schickte er die jüngste Tochter hinaus, zu sehen, wo sie bliebe. Sie ging und kam nicht wieder. Der Mutter schwaute nichts Gutes. Sie wollte sehen, warum ihre Töchter so lange weilten. Sie ging und kam nicht wieder. Der Vater merkte, was vorgefallen sei. Das Herz schlug laut in seiner Brust. Er schlich sich zu dem Rasenplatze, wo Mutter und Tochter noch immer nach der Adelheid suchten, und sie ängstlich beim Namen riefen. Und auch er ließ seine Stimme weitlich erschallen, wiewohl er wusste, dass alles Rufen und Umsuchen vergeblich war. Sein Weg führte ihn an dem Rosenbusche vorbei. Da sah er was blinken, und wie er es genau betrachtete, waren's zwei goldene Eier, jedes einen Zentner schwer. Nun konnte er nicht länger anstehen, seiner Gemahlin das Abenteuer der Tochter zu offenbaren. »Schandbarer Seelenverkäufer«, rief sie aus. »O Vater, o Mörder! Opferst du um schändlichen Gewinnst des Willen also dein Fleisch und Blut dem Moloch auf?« Der Graf, sonst wenig beretsam, verteidigte sich jetzt bis aufs Beste und entschuldigte sich mit der dringenden Gefahr seines Lebens. Aber die trostlose Mutter hörte nicht auf, ihm die bittersten Vorwürfe zu machen. Er wählte also das unfehlbarste Mittel, allem Wortstreit ein Ende zu machen. Er schwieg und ließ seine Dame reden. Solange sie wollte, brachte indessen die goldenen Eier in Sicherheit und wälzte sie Gemach vor sich her, legte darauf wohlstandshalber drei Tage lang Familientrauer an und dachte nur darauf, wie er seine vorige Lebensart wieder beginnen wollte. In kurzer Zeit war das Schloss wieder die Wohnung der Freude, das Elysium gefräßiger Schranzen, Ballturniere und prächtige Feste wechselten täglich ab. Fräulein Bertha glänzte am Hofe ihres Vaters den stattlichen Rittern in die Augen wie der Silbermond den empfindsamen Wandlern in einer heitern Sommersnacht. Sie pflegte bei den Ritterspielen den Preis auszuteilen und tanzte jeden Abend mit den siegenden Rittern den Vorreihen. Die Gastfreigebigkeit des Grafen und die Schönheit der Tochter zog von den entlegensten Orten die edelsten Ritter herbei. Viele buhlten um das Herz der reichen Erben, aber unter so vielen Freiwebern hielt die Wahl schwer. Die schöne Bertha kürte und wählte so lange, bis die goldenen Eier, bei welchen der Graf die Pfeile nicht gespart hatte, zur Größe von Haselnüssen geschmolzen waren. Die gräflichen Finanzen gerieten nun wieder in den vorigen Verfall, die Turniere wurden eingestellt, Ritter und Knappen verschwanden, das Schloss nahm wieder die Gestalt einer Einöde an und die hohe Familie kehrte zu den frugalen Kartoffelmahlzeiten zurück. Der Graf durchstrich missmutig die Felder, wünschte ein neues Abenteuer und fand keines, weil er den Zauberwald scheuerte. Eines Tages verfolgte er ein Volk Rebhühner so weit, dass er dem schauervollen Walde nahe kam, und ob er sich gleich nicht hineinwagte, so ging er doch eine Strecke an der Brane hin und erblickte da einen großen Fischweier, der ihm noch nie zu Gesichte gekommen war, in dessen silberhellen Gewässer er unzählige Forellen schwimmen sah. Dieser Entdeckung freute er sich sehr. Der Teich hatte ein unverdächtiges Aussehen. Daher eilte er nach Hause, strickte sich ein Netz und den folgenden Morgen stand er bei guter Zeit am Gestade, um solches auszuwerfen. Glücklicherweise fand er einen kleinen Nachen mit einem Ruder im Schilfe. Er sprang hinein, ruderte lustig auf dem Teich herum, warf das Netz aus, fing mit einem Zuge mehr Forellen, als er tragen konnte, und ruderte vergnügt über seine Beute dem Strande zu. Ungefähr einen Steinwurf vom Gestade stand der Nachen in vollem Lauf fest und unbeweglich, als fass er auf dem Grunde. Der Graf glaubte das auch und arbeitete aus allen Kräften, ihn wieder flott zu machen, aber vergebens. Das Wasser verran ringsumher, das Fahrzeug schien an einer Klippe zu hangen und hob sich hoch über die Oberfläche empor. Dem unerfahrenen Fischer war dabei nicht wohl zumute. Obgleich der Nachen wie angenagelt stand, so schien sich doch von allen Seiten das Gestade zu entfernen. Der Weiher dehnte sich zu einer großen See aus. Die Wogen schwollen auf, die Wellen rauschten und schäumten, und mit Entsetzen ward er inne, dass ein ungeheurer Fisch ihn und seinen Nachen auf dem Rücken trug. Er gab sich in sein Schicksal, ängstlich harrend, welchen Ausgang es nehmen würde. Plötzlich tauchte der Fisch unter. Der Narren ward wieder flott, aber einen Augenblick drauf erschien des Meeres Wunder über dem Wasser, sperrte einen abscheulichen Rachen gleich der Höllenpforte auf, und aus dem finstern Schlunde schallen wie aus einem unterirdischen Gewölbe vernehmlich diese Worte hervor. »Kühner Fischer, was beginnst du hier?« »Du mordest meine Untertanen? Den Frevel sollst du mit dem Leben büßen.« Der Graf war nun bereits mit dergleichen Abenteuern so bekannt worden, dass er wusste, wie er sich bald von seiner ersten Bestürzung erholen. Da er merkte, dass der Fisch doch ein vernünftig Wort mit sich reden ließ, und sprach ganz dreuste, »Herr Behemoth, verletzt das Gastrecht nicht! Vergönnt mir ein Gericht der Fische aus eurem Weiher! Sprecht ihr bei mir ein, so stände euch Küche und Keller gleichfalls offen!« »So traute Freunde sind wir nicht«, versetzte das Ungeheuer. »Kennst du noch nicht des Stärkenrecht, dass er den Schwächern frisst? Du stahlst mir meine Untertanen, sie zu verschlingen, und ich verschlinge dich!« Hier riss der grimmige Fisch den Rachen noch weiter auf, als wolle er Schiff mit Mann und Maus verschlingen. »Ach, schonet, schonet mein Leben«, schrie der Graf. »Ihr seht, ich bin ein mageres Morgenbrot für euren Wallfischbauch!« Der große Fisch schien sich etwas zu bedenken, »Wohl an«, sprach er, »ich weiß, du hast eine schöne Tochter. Versprich mir die zum Weibe und nimm dein Leben zum Geschenk!« Als der Graf hörte, dass der Fisch aus diesem Tone zu reden anfing, verschwand ihm alle Furcht. »Sie stehe zu Befehl«, sprach er. »Ihr seid ein wackerer Eidern, dem kein biederer Vater sein Kind versagen wird. Doch womit löset ihr die Braut nach Landesbrauch?« »Ich habe«, erwiderte der Fisch, »weder Gold noch Silbe. Aber im Grunde des Sees liegt ein großer Schatz von Perlenmuscheln. Du darfst nur fordern.« »Nun«, sagte der Graf, »Drei himpten Talperlen sind wohl nicht zu viel für eine solch schöne Braut.« »Sie sind dein«, beschloss der Fisch, »und mein die Braut. In sieben Monden führe ich mein Liebchen heim«. Hierauf stürmt er lustig mit dem Schwanze und trieb den Nachen bald an den Strand.